Hier bei Pearl TV geht es weiter mit Neuheiten aus dem Katalog und das Ganze für Küche und Haushalt. Und Haushaltsführung ist so ein Problem, man ist ja immer darauf bedacht und ich glaube, das ist jeder von Ihnen auch, dass es ordentlich aussieht. Aber die modernen Möbel machen es einem da häufig nicht so einfach. Man hat alles offen, offene Regale und dann sieht es oftmals unaufgeräumt auf, weil man einfach zu wenig Stauraum hat. Wir zeigen Ihnen, wie es überall aufgeräumt aussehen kann, ob im Kinderzimmer, im Wohnzimmer oder in allen anderen Räumen. Und wir beginnen jetzt aber mit einer absoluten Neuheit, die wir jetzt im Moment zum ersten Mal vorstellen. Und da gehen wir mit Ihnen gemeinsam in Ihr Bad. Ja, TV-Premiere und man muss nicht mehr ins Bad gehen. Viele haben auch die Wäsche, weil es geht jetzt um das Thema Schmutzwäsche, haben die auch im Flur stehen oder auch im Schlafzimmer. Ich sehe das ganz oft auch, dass Schmutzwäsche sich überall über die Wohnung verteilt. Ich will keinem zu nahe treten. Viele Herren lassen die Schmutzwäsche liegen, wo sie gerade quasi stehen. Muss ich dir mal kurz erklären. Wir Männer legen das auf den Stuhl und dann kommt ein Test. Wenn es noch nicht alleine steht, kann man es nochmal anziehen. Ja, also Schmutzwäsche ist ein riesiges Thema. Ich stehe mal eben auf und zeige Ihnen mal unsere tollen neuen Wäschekörbe, die wir hier haben. Die sind hier sensationell, weil ab jetzt wird das Thema Schmutzwäsche hier wirklich ordentlich und schick und sexy. Die können Sie erst mal natürlich auch tragen. Die haben an den Seiten hier diese tollen Kordeln dran. Das heißt, wenn man die mal irgendwie dann auch zur Waschmaschine transportieren möchte oder mal umstellen möchte, können Sie das selbstverständlich gerne tun. Und Sie haben es schon gesehen, diese tollen Wäschekörbe, die sind aus Bambus gearbeitet. Bambus ist unglaublich umweltfreundlich, ist auch sehr strapazierfähig und langlebig. Das heißt, wir haben hier was ganz Schickes Neues für Sie, Bambus. Und dann mit diesen tollen Kordeln, sowohl hier an der Seite als auch oben jetzt am Deckel, da ist auch diese tolle Kordel befestigt und da kann man hier den Deckel auch gerne abnehmen mal, wenn man möchte. Oder man könnte jetzt sogar auf den Deckel, der ist hier sehr robust, könnte man auch noch was drauf stapeln. Wenn man jetzt noch ein paar Handtücher hat oder sowas, kann man das hier schön drauf stapeln. Das ist überhaupt kein Thema. Und das Innere, das ist spektakulär, weil oft hat man ja nur bei so einem Wäschekorb so eine große Truhe und da kommt dann alles rein und dann denkt man sich, ach, alles gemischt. Nein, das haben wir hier nicht. Schauen Sie mal, das ist direkt mit Trennung. Jetzt müssen wir darauf hoffen, dass auch ordentlich getrennt wird. In das eine vielleicht die weiße, in das andere dann hier die dunkle Wäsche rein. Vielleicht bestellen Sie sich bei dem tollen Preis von 20,85 Euro auch gleich zwei von diesen tollen Wäschekörben. Dann haben Sie nämlich auch einen direkt für Buntwäsche noch mit dabei. Also da können Sie perfekt trennen, einen dann auch für Feinwäsche. Dann ist man perfekt ausgestattet, weil ich denke, man braucht schon vier Fächer, um alles ordentlich und perfekt zu trennen. Aber das kriegen Sie dann gut hin. Und schauen Sie mal, wie schön das ist, weil dieser Einsatz hier im Inneren, das ist hier so ein Baumwolleinsatz, so ein Leinenbaumwolleinsatz. Und den kann man auch mal entnehmen. Das ist überhaupt kein Thema, der ist hier vorne, sehen Sie das, mit so einem kleinen Schleifchen einfach befestigt. Wenn man den mal waschen möchte, einfach rausnehmen dann auch. Das ist gar kein Thema. Und hier der Stauraum, Füllvolumen, 100 Liter. Also da passt ordentlich was rein in diesen tollen Wäschekorb. Das ist einfach sensationell gemacht. Was ich begeistern finde, sind auch die Stoffe, die Materialien. Materialien, Bambus, das wissen Sie vielleicht, ist unglaublich umweltfreundlich, weil Bambus ist der am schnellst nachwachsende Rohstoff. Es gibt Bambusarten, die wachsen bis zu 1,50 Meter in 24 Stunden. Da sehen Sie mal, wie schnell das geht. Und das ist 100 Prozent Bambus, beziehungsweise das Inlay aus Baumwolle. Also Sie sehen, auch sehr, sehr umweltfreundlich und vor allem auch bezahlbar. Das ist immer ganz wichtig, 20 Euro und 85 Cent. Und wenn Sie sagen, okay, diese helle Holzversion, diese Naturversion ist genau das Richtige für mich, dann notieren Sie bitte die Bestellnummer, die NX 62, 24 und die 569. Und holen Sie sich diese Neuheit bei uns hier nach Hause. Jetzt hat nicht jeder ein helles Bad, sondern der ein oder andere vielleicht dunkel. Oder du hast gesagt, man stellt die auch ins Schlafzimmer, aber dunkle Schlafzimmer, da passt das auch. Aber da haben wir eben noch eine wunderbare Variante in diesem dunklen Holz. Ja, auch hier Bambus in der dunklen Farbe jetzt. Und das sieht natürlich auch ganz, ganz schick aus. Ich freue mich, dass wir das neu im Programm haben. Auch hier natürlich toll gearbeitet mit diesen Kordeln dran, um das dann zu tragen, wenn man das mal tragen möchte. Wenn man die Wäsche runterbringen muss, meistens ist die Waschmaschine ja irgendwie unten im Keller, also bei uns ist das zumindest so, oder dann natürlich irgendwie rumschleppen muss, wenn Ihr Wäschekorb dann im Schlafzimmer steht und Sie den dann halt zum Beispiel, wenn Ihre Waschmaschine im Badezimmer steht, ins Badezimmer tragen wollen. Das ist einfach toll gemacht. Der schöne Deckel, wie gesagt, das ist halt fest auch. Sie können hier noch schön was draufstellen, drauflegen, wenn Sie möchten. Schließt auch schön ab. Wenn jetzt mal Besuch kommt und der irgendwo steht, auch mal im Flur zum Beispiel, kann da nicht jeder in Ihre Wäsche reingucken. Da packt man ja dann auch mal die Schlüppis mit rein. Also da soll ja jetzt nicht jeder auf die schmutzige Wäsche schauen. Deshalb ist da schön der Deckel oben mit drauf. Das ist wirklich clever gemacht. Und auch hier, ich zeige es nochmal, hier mit diesen zwei Fächern. Wie gesagt, diesen tollen Baumwollleineneinsatz, den können Sie jederzeit auch rausnehmen, können den mal waschen. Der ist waschbar und hier die zwei Fächer, Stauraum insgesamt 100 Liter, die Sie hier haben. Das ist ganz, ganz toll. Und Sie dürfen natürlich auch gerne zwei oder drei bestellen, weil gerade zur Wäschetrennung ist das natürlich toll. Dann hat man weiße Wäsche, dunkle Wäsche, vielleicht bunt Wäsche und Feinwäsche. Deshalb, ich empfehle direkt auch zwei zu bestellen. Und der TV-Sonderpreis für Sie exklusiv. 20,85 Euro für unsere Neuheit aus 100% Bambus. Und das Ganze hier wirklich sehr, sehr schön nochmal in der Übersicht mit beiden Bestellnummern. Und Bambus nochmal, das ist unglaublich umweltfreundlich, weil es der am schnellsten nachwachsende Rohstoff überhaupt ist. 20,45 Euro. Das ist natürlich ein absoluter Preishammer. So, jetzt gibt es viele, viele Studien. Und Kathi und ich, wir haben uns vor der Sendung unterhalten, ja, wie man Chaos beseitigt. Es gibt da neue Lehren, was Aufräumen betrifft. Und was das auch über unser Leben aussagt. Fand ich sehr, sehr interessant. Aber du hast jetzt natürlich, wie jede Menge Artikel noch mitgebracht, die das unterstützen, was du uns gleich erzählen wirst, aber vor allem Ordnung ins Chaos bringen. Ja, vielleicht kennen Sie die Dame auch, Marie Kondo. Die ist ja ganz, ganz bekannt. Hat ein ganz tolles Buch veröffentlicht. Hier, Magic Cleaning, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Gab es ja auch tolle Fernsehberichte drüber. Und die hat gesagt, die Unordnung im Zimmer entspricht der Unordnung im Herzen. Schauen Sie mal hier, das ist der Bericht jetzt aus der Trend. Also, die Unordnung im Zimmer entspricht der Unordnung im Herzen. Und Unordnung im Zimmer, Unordnung im Herzen. Nein, wir wollen gar keine Unordnung. Weder in unserem Zimmer, noch in unserem Herzen, oder? Wir wollen alles ordentlich haben. Zu Hause und in unserem Herzen. Und deshalb schaffen wir einfach jetzt Ordnung. Und sie schreibt hier in ihren Büchern dann auch, für Kleinkram kann man am besten zum Beispiel hier Schubladeneinsätze, Schachteln und Aufbewahrungsboxen verwenden. Hier zum Beispiel war ein ganz toller Bericht auch über die Dame im Stern. Und da sehen wir es auch nochmal. Schubladeneinsätze, Schachteln, Aufbewahrungsboxen von dieser KonMari-Methode. Die ist mittlerweile ganz, ganz bekannt, um hier Ordnung zu schaffen. Und da habe ich hier für Sie ganz tolle Sachen mitgebracht, wo auch Sie Ordnung schaffen können. Das erste ist ein Vierer-Set, das ich hier habe, von diesen kleinen schwarzen Boxen. Vier Stück. Eins, zwei und dann nochmal drei, vier. Also viermal bekommen Sie die nach Hause. Vier Stück für 8,50 Euro. Das ist der Wahnsinn. Und damit kannst du eben Chaos beseitigen. Ob in Schränken, in Schubladen oder, du hast mal ein gutes Beispiel genannt, auch das Chaos bei den Damen im Bad ein bisschen beseitigen. Das ist da auch möglich. Natürlich. Und hier mit dem tollen Deckel. Das heißt, die schließen gut ab. Du hast vorne den kleinen Schub dran und kannst die auch schön rausziehen. Gerade dann auch aus Schränken zum Beispiel. Und die passen zum Beispiel, ich muss Ihnen das mal zeigen, hier perfekt zum Beispiel auch für CDs. Wenn Sie jetzt auch noch so CDs oder sowas haben, passt da perfekt rein in der Größe. Das lässt sich einfach ganz toll verstauen. Deshalb, Sie dürfen dieses Vierer-Set auch gern zwei- oder dreimal bestellen, wenn Sie möchten. Ja, und das tun Sie mit der Bestellnummer NX8224 und der 569. Und der Preis, den traue ich mich fast nicht auszusprechen, weil das ist so ein phänomenaler Preis. 8,50 Euro für vier dieser Aufbewahrungsboxen, die bei Ihnen zu Hause eben den ersten Schritt in ein aufgeräumteres Leben bedeuten. Und vor allem, man findet Sachen auch viel schneller, wenn Sie auf kleinem Ort rein sind. Und es sieht auch, wenn Besuch kommt, egal wo Sie es einsetzen, immer sehr, sehr aufgeräumt auf. So, in modernen Wohnungen stehen viele solche Regale, so oder ähnlich. Die Formeln sind immer gleich. Das ist schick, das ist modern, das ist absolut Trend. Aber ich habe dann auch wieder fehlenden Stauraum. Und wenn ich da jetzt mal ein paar Utensilien, ich sage immer Krimskrams, rein stelle, sieht es sofort unaufgeräumt auf. Aber da haben wir die Lösung. Genau, und zwar diese größeren Boxen. Und da haben wir jetzt direkt zwei für Sie. Also Sie bekommen das Zweier-Set für 8,50 Euro. Und auch das ist wirklich hier ein super Preis. Sie kennen das wahrscheinlich, wenn Sie eine von diesen Boxen normalerweise kaufen. Eine kostet normalerweise immer schon so gut und gern, wenn man die mal günstig bekommt, 12,90 Euro. Eine. Normalerweise 14,90 Euro. Eine, wenn man die in dieser Qualität haben will. Weil wir haben hier den Deckel mit dabei. Das heißt, hier wirklich auch immer gut verschlossen. Geschützt vor Blicken, geschützt vor Staub und Schmutz. Also immer schön abschließend hier mit dem tollen Deckel. Das ist natürlich hier der Vorteil. Wir haben auch hier natürlich vorne den Schub mit dabei, sodass Sie immer schön rausziehen und reinmachen können in den Schrank. Den verstärkten Einlegboden, sodass Sie hier natürlich auch Haltbarkeit haben. Sie können diese Boxen sehr schön auch stapeln, wenn Sie möchten. Und wir haben hier diese genormte Größe. Sie haben es gerade hier bei uns im Regal gesehen. Die passen perfekt in diese quadratischen Einschubfächer rein. Und das sind jetzt diese Regale, die Sie zum Beispiel bei diesem schwedischen Möbelgeschäft gekauft haben oder auch zum Beispiel bei allen anderen Möbelgeschäften. Das ist genormt. Das ist jetzt hier 31 mal 31 mal 31 Zentimeter. Die passen da perfekt rein. Manchmal hat man die auch in der Doppelgröße. Und dann passen zwei direkt nebeneinander. Das passt überall perfekt. Das ist genormt. Oder übereinander. Die sind ja auch stapelbar. Natürlich, das geht auch. Das ist aber alles Normengröße. Also es passt überall rein. Ja, kann sie auch separat natürlich ohne Regal benutzen. Zum Beispiel im Kinderzimmer, um das Spieleauto- oder Bauklötze-Chaos hier zu beseitigen. Und jetzt nochmal. Hier das Zweierset. Zwei dieser Aufbewahrungsboxen für einen fantastischen TV-Sonderpreis von 8,50 Euro. Das ist unglaublich. Und Sie sollten da zuschlagen, weil gerade die schwarzen Boxen waren schon mehrfach ausverkauft. Jetzt sind sie lieferbar. Die Bestellnummer ist die NX8219 und die 569. Und so sieht es sofort aufgeräumt aus. Übrigens, man darf natürlich auch mehrere dieser Zweiersets bestellen. Ja, das ist auch problemlos möglich. Und selbst wenn man so ein bisschen chaot ist, Kathi, damit schafft man Ordnung in der Wohnung. Damit schaffen Sie Ordnung. Weil egal, was Sie da haben. Sie haben vielleicht Sachen rumliegen mal. Das sind vielleicht auch Ladekabel, irgendwelche Elektroteilchen oder sowas. Zack, einfach alles da rein. Damit schafft man schnell Ordnung. Das Kinderspielzeug, was immer rumliegt, zack da rein, schon ist Ordnung. Oder auch Zeitschriften, Bücher oder sowas, zack da rein, im Flur zum Beispiel. Sie haben auch viel im Flur rumliegen. Das ist auch immer so. Da hat man Schuhe zum Beispiel. Da haben Sie vielleicht auch so ein kleineres Regal stehen. Machen Sie doch einfach alle Schuhe. Gerade auch dann so, jetzt kommt ja wieder die Sommerzeit. Ich kenne das von mir auch. Da hat man diese ganzen Sandalen und die ganzen Flipflops und so weiter. Das sieht doch nicht gut aus. Wenn von der ganzen Familie dann die Sandalen und die Flipflops da im Flur rumliegen. Ja, die packt man alle hier in so eine Box rein. Oder auch in ihren Schränken zum Beispiel. Da haben Sie die ganzen Gürtel und diese ganzen Kleinkramsachen, die man so hat. Die machen Sie alle in so eine Box rein. Und schon ist da Ordnung. Das ist einfach perfekt. Und Sie haben gesehen, wir haben die Farbe gewechselt. Denn diese Boxen haben wir in mehreren Farben. Jetzt in der gelben Version. Könnte ich mir toll im Kinderzimmer vorstellen. Aber auch überall anders, wenn Sie so ein bisschen moderner, farbenfroher eingerichtet sind. Das ist eine fröhliche Farbe, die uns schon auf den Frühling hinweist, glaube ich. Und Sie bekommen hier auch wieder das Zweier-Set exklusiv als Pearl TV Zuschauer für gerade mal 8,50 Euro mit der Bestellnummer NX8220 und die 569. Wer mehr auf klassisches Weiß steht, auch diese Farbe haben wir hier im Doppelpack für Sie vorgerichtet. Genau, und das sieht auch sehr schön aus, zum Beispiel hier. Wenn Sie weiße Möbel haben, geht natürlich aber auch zu Holz sehr gut, zu schwarz sehr gut. Ist einfach sehr schön schlicht dann auch. Sie sehen es ja auch mit Grau abgesetzt. Also wirklich ganz, ganz toll. Und da können Sie unglaublich viel auch wieder reinmachen. Auch hier selbstverständlich mit dem Deckel. Und ich möchte Ihnen auch was zeigen, wenn Sie da was Großes reinmachen, können Sie natürlich den Deckel auch nach innen reinklappen. Wenn Sie mal was transportieren möchten, zum Beispiel eine Blume oder so was, können Sie das natürlich auch transportieren. Oder wenn die Kinder dann auch mal irgendwelche Kuscheltiere, irgendwelche Bauklötze haben, die ein bisschen größer sind, ist das kein Thema. So, der Preis ist wieder identisch für das 2er-Set, 8,50 Euro. Und die Bestellnummer für die weißen Boxen, das ist die NX8221 und die 569. Und eine Farbe haben wir noch. Wenn Sie sagen, ich habe so ein bisschen rustikalere Einrichtung, dunkles Holz zum Beispiel, dann sind die braunen Aufbewahrungsboxen genau das Richtige für Sie. Die sind auch richtig schick, wirklich zu Holz, sehen ganz, ganz toll aus. Und schauen Sie mal hier, die habe ich so ein bisschen gestapelt auch, dass Sie das mal sehen. Also das geht wirklich ganz wunderbar, weil die halt so kompakt und robust sind. Also da sehen Sie auch noch mal das tolle Material, das wir haben, auch hier natürlich wieder mit den Griffen. Schön die Deckel, sodass alles gut verstaut ist. Wenn Sie jetzt Sachen auch direkt lagern möchten, auf dem Dachboden, im Keller zum Beispiel, holen Sie sich solche Boxen. Sie dürfen jetzt auch jedes Set direkt mehrfach bestellen. Gerne bis zu fünfmal, kein Problem. Was ich mir gut vorstellen könnte, schwarz-weiß gemischt, so wie ein Schachbrett. Wenn man so ein Regal hat und das da reinmacht, sieht mit Sicherheit gut aus. Die Bestellnummer bin ich Ihnen noch schuldig, für die braunen Sets. Das ist die NX8222 und die 569. Und hier sehen wir alle noch mal in der Übersicht, schwarz-gelb-weiß-braun-groß und auch die vier kleinen. Jetzt kommen wir aber zu einem ganz anderen Thema, moderne Einrichtung, da fehlt Stauraum. Stauraum ist unglaublich wertvoll. Früher, Sie erinnern sich, hatte man riesengroße rustikale Schränke in jeder Ecke, in jedem Zimmer. Das ist heutzutage nicht mehr so. Und deshalb haben wir hier jetzt einen Stauraum, eine Stauraum-Idee, was ein 2 in 1 ist, weil es ist auch gleichzeitig noch Sitzgelegenheit. Ja, und Sie haben die die ganze Zeit hier schon bei uns beobachten können und haben sich gedacht, was ist denn das? Das sind hier unsere tollen Sitzbänke und gleichzeitig Truhen, in die Sie hier jetzt unglaublich viel reinbekommen. Erstmal sehen die ganz, ganz schick aus. Das ist das erste Modell mit diesem tollen grauen Stoffbezug. Ganz edel, ganz elegant. Und hier mit der ganz tollen dicken Polsterung, die wir hier haben. Und schauen Sie mal hier, in diesem tollen Chesterfield-Design, das wir hier haben, super schön gemacht. Ist ja gerade total im Trend auch. Also wirklich sehr edel und elegant das Ganze. Da sehen wir es mal. Und hier auch diese tolle dicke Polsterung, die wir haben. Also da sitzt man wirklich sehr bequem drauf. Und vielleicht haben Sie ja auch sich gerade im Schlafzimmer irgendwie so ein schönes Boxspringbett gekauft. Die sind ja oft im Hintergrund dann auch, dieses Hinterteil vom Bett, mit genau diesem Bezug. Da passt es wirklich dann perfekt rein. Da können Sie so eine Truhe auch gerne vors Bett stellen. Einfach als tolle Sitzmöglichkeit. Das haben Sie vielleicht schon mal in den Hotels gesehen, in den Zeitschriften auch. Und da können Sie sich dann natürlich schön auch, wenn Sie sich morgens die Socken anziehen zum Beispiel, oder die Schuhe schön draufsetzen. Und tagsüber können Sie da ganz viel reinpacken. Und zwar auch mal so die Kissen oder sowas. Gerade die Deko-Kissen. Weil wir haben in so einer Truhe jetzt hier 80 Liter Stauraum. 80 Liter passen da rein. Also da haben Sie ordentlich Platz. Da passen viele Kissen, viele Decken rein. Auch mal so im Gästezimmer zum Beispiel. Die ganzen Kissen und Decken, wenn mal Gäste kommen, wenn die auch mal was haben sollen. 80 Liter passen da rein. Das ist wirklich eine Riesenmenge an Stauraum, die Sie da haben. Das ist einfach ganz, ganz klasse, weil Stauraum braucht man ja wirklich immer. Ja, Stauraum ist wertvoll und zusätzliche Sitzmöglichkeiten auch. Und Sie sehen, ich habe es mir auf einer unserer Truhen schon bequem gemacht. Weil man sitzt da auch sehr, sehr bequem durch diese Folsterung. Und die sind auch wirklich sehr robust. Kathi, soll man den Qualitätstest nochmal machen? Sie sind sehr, sehr robust. Wir haben hier eine Belastbarkeit bis zu 80 Kilo. Weil natürlich bis zu 300 Kilo. Wollte gerade sagen, sonst könnte ich nicht draufstehen. Bis zu 300 Kilo. Also wenn da mal Besuch kommt, kann da auch zwei Besucher draufsetzen. Also hier 300 Kilo Belastbarkeit. Und das ist überhaupt kein Thema. Also wir können das gerne zeigen, Ralf und ich. Ralf, komm zu mir. Ja, gerne, gerne. Stell dich mal mit drauf. Komm, komm, lauf doch mal hinten rum, genau. So, jetzt gehen wir nach oben. Und, ah, Qualitätstest. Schauen Sie sich das mal an. Das ist überhaupt kein Thema. 300 Kilo Belastbarkeit auf so einer Truhe. Das heißt, wir können hier drauf rumhopsen, können hier machen, was wir wollen auf so einer Truhe. Und ein bisschen tanzen. Das ist überhaupt kein Thema, ne? Das ist der Wahnsinn. Also wenn Sie Besuch bekommen, da müssen Sie sich keine Gedanken machen, weil wir haben hier 300 Kilo Belastbarkeit. Und solche Truhen jetzt, gucken Sie mal auf den Preis. Ich weiß, ich konnte es gar nicht glauben, für den Preis. 80 Liter Stauvolumen, tolle Sitzmöglichkeit, super schick und belastbar für diesen tollen Preis. Und der TV-Sonderpreis für Sie liegt gerade mal bei dieser Stofftruhe bei 22,75 Euro. Was mich begeistert hat, ist erstmal natürlich die, dass es so belastbar ist hier. Ich mache jetzt mal den Fuß wieder runter. Aber auch, wie bequem das ist, wenn man drauf sitzt durch diese wirklich tolle, tolle Polsterung. Und hier bitte, wenn Sie sagen, dieses Graue, dieser Graue Stoff passt zu meinem Sofa, zum Beispiel, weil so ist es bei mir. Ich habe genau diesen Sofa Bezug bei mir auf meinem neuen Sofa. Dann notieren Sie bitte die Bestellnummer. Und das ist die NX 6238 und die 569 haben wir erst in diesem Jahr neu vorgestellt. Unsere Truhen. Und deshalb jetzt gleich der Hinweis an Sie. Erste Farbe ich schon komplett ausverkauft. Die drei anderen, die gibt es ja in vier Varianten, sind schon auf den letzten Stückzahlen. Deshalb, wenn Ihnen so eine Truhe gefällt, nicht mehr lange überlegen. Anrufen und bestellen, weil die nächste Lieferung, das wissen wir jetzt, weil Schwarz schon ausverkauft ist, kommt erst wieder am 10. März. Deshalb jetzt gleich bestellen. Und die Graue, ich muss sagen, das wird mein neues Familienmitglied. Ich habe mir eine bestellt. Ich habe mir gleich drei bestellt. Eine fürs Wohnzimmer, zwei fürs Schlafzimmer. Weil gerade das, was du auch gesagt hast mit dem Bettdeck für Gäste oder dem Winterbettdeck oder auch der Tagesdecke, die bringe ich da sauber und anständig untergebracht. Und es sieht trotzdem immer aufgeräumt aus. Das ist auch richtig clever. Also ich finde es auch richtig schön, wenn man im Schlafzimmer einfach hinter dem Bett so eine Sitzmöglichkeit hat. Und das hier, das ist ja Stauraum und Sitzmöglichkeit hinter dem Bett. Das sieht so edel und elegant aus. Da haben Sie Stauraum und Sitzmöglichkeit im einen. Und das jetzt für 22,75 Euro. Also wirklich richtig, richtig toll. Greifen Sie da gerne direkt auch zweimal zu, wenn Sie möchten. Das ist einfach ganz, ganz toll. Man kann die natürlich auch im Wohnzimmer dann vor das Sofa stellen, wenn Sie möchten. Da können Sie gerne mal die Beine hochlegen, wenn Sie wollen. Also die kann man überall toll einsetzen. Wir haben das graue Modell, wir haben das weiße Modell. Sie haben gerade gehört, schwarz ist leider schon ausverkauft. Können Sie aber dann noch zum TV-Sonderpreis vorbestellen, wenn Sie möchten. Deshalb bitte schnell sein, weil die sind gerade so heiß begehrt, diese Truhen. Bei dem Preis kein Wunder. Ich sage Ihnen nochmal die Bestellnummer für die graue Stofftruhe, die wir gerade ganz links gesehen haben. Das ist nämlich die NX 6238 und die 569. So, jetzt gehen wir von Stoff zu Kunstleder. Kunstleder hat natürlich den Riesenvorteil, dass es sehr, sehr pflegeleicht ist, oder? Das stimmt. Und das ist ja mein Lieblingsmodell, das weiße hier. Weißes Kunstleder. Ich habe bei mir zu Hause auch ein weißes Kunstledersofa zum Beispiel. Da bin ich total von begeistert, weil als ich das gekauft habe, haben viele gesagt, oh, weißes Kunstleder, willst du das wirklich machen? Das ist so pflegeleicht. Wenn da was drauf geht, man kann es immer abwischen. Das ist so genial einfach. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Super toll. Also hier auch diese Truhe jetzt dazu. Mega. Sieht super edel aus. Schauen Sie sich das mal an hier. Mit diesem Chesterfield-Design hier. Super toll. Einfach ganz edel gemacht. Mit den tollen Nähten. Ist auch hier ganz weich. Ganz toll gepolstert. Also da hat man einen ganz hohen Sitzkomfort einfach. Bei dieser tollen Sitzbank alleine. Und auch hier natürlich ein Stauvolumen, das einfach sensationell ist. Mit hier diesen 80 Litern. Das heißt, wenn wirklich mal auch, wenn Sie die zu Hause stehen haben und wenn es da wirklich mal so aussieht, wie bei uns jetzt hier auf dem Tisch, ne? Da ist jetzt alles drauf mit Zeitschriften und so und es kündigt sich Besuch an. Schauen Sie, da geht einfach dann mal eben schnell alles rein. Hier alle Zeitschriften, alle Bücher. Auch mal für Gesellschaftsspiele. Gesellschaftsspiele große, die passen meistens nicht in die Schränke, ja? Oder auch Kinderspielzeug. Vielleicht haben Sie auch Enkelkinder. Die spielen gerne bei Ihnen im Wohnzimmer, ja? Die bringen immer ihr ganzes Spielzeug mit. Und dann liegt das ganze Wohnzimmer voll mit Kinderspielzeug. Kennen Sie vielleicht auch. Du kennst es doch auch, du bist doch auch Opa, oder? Ja, ja. Also als meine zwei kleinen Enkel bei mir zu Besuch waren, die haben mich ja Gott sei Dank in Dassel mal besucht, ja? Aber es sah nach einer halben Stunde aus in meiner ganzen Wohnung, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Da ist sowas natürlich Gold wert. Und da packt man einfach alles wieder rein, weil die Kinder sollen ja spielen. Die sollen sich nicht eingegrenzt fühlen bei mir. Aber irgendwann will man mal wieder Ordnung. Und was hier auch noch herausragend ist, es ist nicht nur wertvoller Stauraum, der hier geschaffen wird, sondern auch noch ein Sitzmöbel für bis zu zwei Personen. Wenn mal Besuch kommt und man hat nicht genügend Sitzflächen. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Bei mir waren es die Gartenstühle, die immer geholt werden. Bei dir die Küchenstühle. Ja, wir haben immer Küchenstühle geholt, weil es gab nie genug Sitzplätze dann im Wohnzimmer. Und dann mussten wir immer die Küchenstühle herhalten. Aber das sieht ja nicht schön aus und es ist ja auch nicht gemütlich dann im Wohnzimmer. Deshalb sowas. Schauen Sie mal, wie edel und elegant das ausschaut, wenn Sie das da stehen haben. Und Sie haben immer genug Sitzplatz und Sie haben halt auch noch diesen tollen Stauraum, sodass es immer ordentlich und aufgeräumt aussieht. Und das ist wirklich so. Wenn man es ordentlich hat, wenn es aufgeräumt ist, dann fühlt man sich doch auch gleich viel besser. Man ist doch viel zufriedener, wenn man es sauber und ordentlich hat. Das sehen Sie doch auch so. Ja, und das kann man ganz schnell machen, indem man einfach mal die Unordnung verschwinden lässt in dieser Truhe oder auch Sitzmöglichkeit. Die Bestellnummer für diese weiße Truhe mit diesem wunderbaren, pflegeleichten Kunstleder, das ist die NX 62 36 und die 569. Und den Preis, ich muss da immer wieder drauf rumreiten, den finde ich phänomenal. Also ich hätte geschätzt, 60, 70 Euro kostet so eine Truhe, weit gefehlt, 23,70 Euro. Das ist unser TV-Sonderpreis exklusiv für Sie als TV-Zuschauer. Vor allem hier, 80 Liter Stauvolumen, da gehen 80 Liter rein. Und die sind so robust, ich zeige es Ihnen gerne nochmal. Also Sie können sich da draufsetzen, wenn Sie wollen. Sie können da drauf rumklettern. Und das mit bis zu 300 Kilo. 300 Kilo, also ich bin da ja nichts gegen, wenn ich da drauf rumlaufe und drauf rumhopse. Wenn Sie mal oben irgendwo anreichen wollen, sage ich jetzt auch mal für die Küche, ist das doch auch perfekt. Wenn Sie in der Küche so eine kleine Küchenbank haben wollen, bestellen Sie sich noch eine zweite oder dritte mit dazu. Weil da kommen Sie oben auch mal an die Schränke ran und können irgendwas einräumen. Das kann doch auch Ihre kleine Küchenbank werden. Oder auch für den Flur. Im Flur hat man doch auch immer die ganzen Schuhe. Da muss man die Schuhe einräumen. Man hat da vielleicht auch Regenschirm oder irgendwelche Jacken oder sowas. Da kann man alles mit reinschmeißen. Rein und es ist aufgeräumt. Die Bestellnummer nochmal für die weiße Truhe hier. Das ist die NX 62 36 und die 569. Aber wir haben noch eine lieferbare Farbe, nämlich beige. Also wir sehen hier auch den direkten Unterschied. Hätte ich beige alleine gesagt, so aus der Entfernung hätte ich gesagt, ist weiß. Aber wir sehen jetzt einen deutlichen Unterschied. Vorne die weiße Truhe und die ist beige und das passt ja auch zu sehr vielen Einrichtungen. Ich drehe die mal daneben, dann können wir uns das direkt angucken. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Ton. Das ist so ein bisschen wie so Champagnerfarben, beige, richtig toll gemacht. Ist ein bisschen wärmer von der Farbe. Also passt auch sehr, sehr gut jetzt zu Holz zum Beispiel. Kann ich direkt mal zeigen. Ich nehme mal den Deckel ab. Dann können wir uns das hier mal angucken. Guck mal hier. Wenn du das jetzt zu Holz hast, sieht das sehr, sehr schön edel und elegant aus. Also auch wenn Sie Holzmöbel haben oder zum Beispiel auch ein schönes Parkett oder Laminat. Dieses beige geht wunderbar zu Holz. Das macht wirklich dann so einen ganz warmen Ton. Perfekt dazu. Also würde ich Ihnen da immer empfehlen. Und auch hier natürlich die Truhe. Einfach großer Stauraum. 80 Liter wieder. 300 Kilo belastbar. Die sind sogar zusammenklappbar, oder? Genau, das kann ich mal zeigen. Die kann man ganz klein und kompakt zusammenklappen. Wenn Sie die mal mitnehmen wollen. Schauen Sie mal. Da geht einfach hier dieser feste Boden raus. Und dann klappt man die so zusammen. Schauen Sie mal. Zack, zack, zack. So. Und dann können Sie die auch mal mitnehmen. Wenn Sie die jetzt mitnehmen wollen. Auch mal für den Keller, fürs Ferienhaus. Oder Sie überlegen jetzt. Ich möchte damit mehrere von im Auto transportieren. Schauen Sie. So klein und kompakt sind die. Ja, und klein und kompakt ist auch der Preis. Nämlich gerade mal 23,70 Euro. Auch für unsere beige Variante mit dem Kunstleder. Das ist also auch extrem pflegeleicht. Extrem einfach sauber zu machen. Extrem belastbar. 300 Kilo passen da drauf. Oder können getragen werden. Und sehr, sehr groß mit 80 Liter Stauraum. Das sind unsere drei lieferbaren Varianten, die wir gerade hatten. Grau Stoff oder weiß in Kunstleder. Oder beige in Kunstleder. Und ich sitze sehr bequem seit ein paar Minuten hier. Mein Hintern tut mir nicht weh. Da spricht für die Truhe. Aber die ist jetzt schon ausverkauft. Ich stehe mal kurz auf, um sie Ihnen zu zeigen. In schwarz. Die kann man aber vorbestellen. Wenn man sagt, für mich kommt nur schwarz in Frage. Dann bitte jetzt schon einen Platz sichern. Am 10. März kommt hier die nächste Lieferung. Der Preis ist natürlich identisch. 23,70 Euro. Und ich sage Ihnen hier jetzt noch die Bestellnummer. Die NX 6235 und die 569. Und alle anderen sofort lieferbar. Die schwarze Truhe bitte vorbestellen erst im März. Und bei den anderen drei Farben schnell sein. Weil auch die werden bald ausverkauft sein. Und dann kommt eben auch da die nächste Lieferung erst wieder im März. Ja, die war so heiß begehrt jetzt direkt leider schon weg. Aber Sie bekommen ja auch den TV-Sonderpreis. Wenn Sie jetzt vorbestellen, also auch bei der schwarzen, überlegen Sie dann, wie viele brauchen Sie direkt. Und bestellen Sie die direkt dann zum TV-Sonderpreis vor. Weil die ist natürlich hier in diesem schwarzen Kunstleder sensationell. Gerade auch wenn Sie ein schwarzes Sofa haben, ein Ledersofa oder sowas. Kunstledersofa. Super schick. Auch hier 80 Liter. 300 Kilo belastbar. Einfach ganz, ganz genial. Und Sie sehen, es kann richtig schick sein, Ordnung zu halten mit diesen Truhen oder auch mit unseren Regaleinbauteilen, die wir hier in verschiedenen Farben haben, die übrigens schon wieder sehr, sehr nachgefragt sind. Und begonnen hatten wir die Sendung mit unserer Weltneuheit. Auf die möchte ich auch nochmal hinweisen mit unseren Wäschekörben aus 100% Bambus. Sie sehen, es ist ganz einfach und auch umweltfreundlich, hier Ordnung zu Hause zu schaffen. Und mit diesen Produkten sieht man immer gut aus und es sieht bei Ihnen auch immer aufgeräumt aus. Und deshalb jetzt dran ans Telefon, holen Sie sich diese Ideen aus unserem neuen Katalog.